Alle Bereiche, die begrünt werden sollen, erhalten mit noch Acrylfarbe oder Spray einen grünen oder braunen Überzug. Nun wagen wir uns an das Kolorieren der Felsen. Im ersten Durchgang werden alle Felsen mit Acrylspray deckend schwarz gespritzt. Im nächsten Durchgang erhalten die Felsen dann einen Hauch Ocker von der einen Seite und einen Hauch Elfenbein von der anderen Seite.